Ich irritiere mich doch an. Eli, brauchst du nicht stehen. Kannst du mit mir? Ich wollte nur die Bombe werfen. Ja. Hey, dann geh doch zum Netto hin. Mach ich auch. Was? Da war keiner. Eins. Wow. Was macht der denn für ein Farbenkreuz? Das ist rund. Bist du fertig? Was machst du denn da? Das will ich gar nicht wissen. Ach ja, natürlich. Der weiß genau, ey. Ja. Die kommen, äh, B. Nee, Mann. Wie? Oh Mann, ich verstehe dieses Aim nicht. Oh Mann. Das macht mich so fertig. Wie? Oh Mann, ich verstehe dieses Aim nicht. Ja. Ja. Der ist hinten direkt. Gut. Hilfe. Fuuuck. Das ist so Bullshit. Keine Waffe. Ist eher die Sache. Fuuuck. Das ist so Bullshit. Die sind, glaube ich, rechts. Ja, die sind hier. Ja, die sind hier. Ja, die macht gleich ein Headshot. Oh, lol. Alter, war das. Lol, am Fuß. Ich muss jetzt old und so machen. Ja, komm. Komm. Was? Das ist immer richtig loben. Schade. Was? Ich hab ihm ein 81 Schaden zugedrückt. Ach komm, also. Ja, komm, ey. Nee. Nie wieder. Oder wir sind vielleicht einfach nur zu K.O. Oh Mann, das macht. Ja, wer ist tot. Loll, sehr gut. Oh, diese Kampfkraft. Der ist einfach gut. Ich würde ulten hinter ihm. Krasse Kampfkraft wie Tsongoku, Junge. Komm, das schaffst du. Jo, ist bei A hinten vorne. Haben gewonnen. Falls das nicht stirbt. Ja. Mach doch noch deinen Panzer. Nein. Da braucht immer nur Waffe. Lass ihn doch. Oh. Boing. Das hier. Oh. Wow. Die Kugel. Zum Glück. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ja, wenn sie mit mir reingehen sollen. Das wäre jetzt bitter nötig gewesen, ne? Ich habe ihn mit dem Headshot verpasst, auf jeden Fall. Also, der hat nicht mehr viel. Ja. Ja, die kommt von hinten. Ja. Ja. Ich muss auf Zeit spielen. Das ist unsere Schei-Harder, ey. Das ist aber auch klar. Ja, Wank. Hallo. Was willst du machen? Alter, der ist gut mit der Waffe. Oh, danke. 110. Das war geil im Game. Boah, guter Schuss. Nice. Ich habe ihn. Oh, Gott. Oh, Gott. Hallo, da. Guck auf oben. Oh, Mann. Oh, Mann. Bei A scheint keiner zu sein. Das bezweifle ich sehr. Ja, komm, ey. Das ist doch so zum Kotzen hier. Boah, Udi. Geil. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Nein, nein, nein. Mann, ich kann nicht laufen.